Ada, hören Sie mich? So darf es nicht enden. Geh weg! Keiner guckt meine Ada. Komm mit mir, Liebling. Wir bleiben für immer zusammen. Aber nicht mit mir. Ich schieße Sie vor wie Pegas. Bringt das überhaupt, dass Sie jetzt die Netze abzuschließen? Wenn Sie wirklich Ada sind, stehen Sie das durch. Wir beide schaffen das. Oh shit. Ich habe nur die Augen entspannt. Einschlafen bei der Arbeit? Ach, jetzt können wir es schießen. Ist das so romantisch? Ich habe gerade mein ganzes Magazin verballert. Gibt es da etwas, das ich wissen soll? Ha! Oh Gott! Oh Gott, hier kommen noch keine Tücher. Oh yeah! Ich will euch doch oben. Ah, Leon ist voll der krassen Blut. Nein! Komm schon, Ada! Ich höre nie! Ja, Ada gehört mir! Ah, Leo. Nein, danke! Ja. Ja. Ah, nee, danke! Oh Gott, nein. Okay, nein. Ja, ja. Mein Gott, das ist mir auf die Pfanne. Äh, Kollege? Ich glaube, es ist ein bisschen fischend für mich. Nein. Ich hab nur das Schock gehabt, irgendwie. Ach, warte mal, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab was? Oh, was? Leon! Ja? Wollen Sie leben? Ja. Dann betteln Sie um Ihr Leben. Nicht passen. Ich kriegte von ihr nicht. Man kriegt nicht immer, was man will, sie nutzen. Nein! Nein! Machen wir Schluss. Man muss immer nach vorn gehen, sie sind. Nein! 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 Cacquire! Was willst du? 2.15 Uhr? Warum willst du uns? Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Auf dem Dach finden sie mein Abschiedsgeschenk. Wir sehen uns wieder, Leon. Ada! Worauf warten Sie? Ach, gehen Sie hier nach. Nein, wir bleiben zusammen. Irgendwie erinnert mich das gerade an irgendeine Dating-Sim, wo man sich zwischen zwei entscheiden muss. Oh Gott, ich will Ada nehmen, 100 pro. Ja, ich auch. Ich dachte eher an Rippchen. Oh, Rippchen, jetzt hab ich Hunger. Hatte ich vor zwei Tagen tatsächlich. Oh. Nein, 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 nein. Da ist unser Rückflugticket. Wenn wir es erreichen können. Oh,εις hat fast Spaß machen. Juhu! Nein. 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 Die lebt immer noch. Ja, aber richtig. Ey, ey, ich will eine Granate werfen. Lass mich mit dir. Was? War's das? Ich hab's nie gemacht. Jetzt, los! Alter, Lut! Hallo! Wow, ich hab die Kissen aufgetreten, sonst kann man nicht eins ansehen. Oh, meine Granaten zu heftig. Oh, Mann. Ich lag nicht erst mal rüber nach. Ach, da sind Kissen. Hier ist gut. Ja, Lut! Alter, das ist voll egelhaft. Guck mal, voll... Oh, voll Gangbellen. Guck mal, Jason. Alle auf so riesigen Haufen. Oh, wie schön. Können wir da jetzt nicht eine Granate reinwerfen? Theoretisch, klar. Wir müssen zu diesem Helikopter. Ach, was, Helena. Wirklich? Je schneller, desto besser, sagt bloß. Ich wollte die U-Bahn nehmen. Warum, niemand hat das vor 10 Sekunden gesagt und sie muss es halt nochmal sagen. Ah, ne, da bin ich nicht durch, da ist gut. Oh shit, ich bin schon wieder voll, ne? Ich nicht. Äh, so, warte mal. Ja, ich will das mitnehmen. Hier kommen zwei Schuss. Weg damit. Kann man nachladen. Da. Alter, noch mehr Loot. Äh, ich bin voll. Hier haben wir für die starke Waffe. Hoch mit ihnen! Oh. Was zur Hölle ist das denn? Ich bin hingefallen. Ja, toll. Ich auch. Alles okay. Holen Sie mich nur hier raus. Äh. Okay, nehm schon mal hin, dass du tot bist. Wer pisst mich? Oh shit. Ich hab hier grad noch zu tun. Aber Alter, ich hab's halt droht. Nein, ich hab verkackt. Oh. Ja, war bis gleich. Moment. Oh shit. Was immer sie tun, es funktioniert. Sehr schön. Ich passe auf sie auf. Haha. Okay. Äh. Was ist denn jetzt hier? Muss ich denen auch irgendwo helfen, oder? Ah, nein! Helena, was ist los? Oh, ja. Moment, ich kümmere mich darum. Ja, danke. Oh shit. Egal, was du tust, tust jetzt. Ha! Ja, hab ich schon. Ja. 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 Ich hab gleich keine Ruhe mehr. Na gut, gleich ist relativ. Ah. Ich bin auch nicht grad zu gut ausgestattet. Oh, schnell nachladen. Ha! Leon, die Luft sind rein! Kommt wieder raus! Er muss dagegen! Oh Gott, die riesen Scheißhausfliege des Todes! Geht weg! Oh Mann! Ah! Oh, ich hab ja ein bisschen lange getroffen. Zum Glück! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Stressig! Wo sind die Fliege jetzt hin? Da ist auch ne riesigen Scheißhaufen. Alter, als ob wir einfach mal irgendeine Funktion darstellen würden. Bei den ganzen Kieren. Wir müssen zum Helikopter! Wo ist der Heli überhaupt? Ist doch gar keine gute Idee. Das Fliege kann doch fliegen. Ist immer eine riesen Fliege. Vielleicht sollte ich mal ein paar Tech-Techs einholen. Ich kann nicht zulassen, dass er uns aufhält. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Ja, auf die Leute in den Sack schießen! Er will seinen Kopf schützen! Okay, dann stehe ich auf meine Seite! Okay, dann stehe ich auf meine Seite! Ich will einfach nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was wir jetzt machen müssen. Ich weiß gar nicht. Hör sich! Nein! Lian! Achtung! Was denn? Oh, warte, ich höre mir ein kleines Aufschlick. Alter, dass er seine Periode bekommt. Alter, das ist so eklig. Da gibt's noch mehr Lut. Nice. Oh, shit. Ja. Ja. Das wird beim Absorbieren ein schöner Schock. Ähm, sind die das eine Zombie? Ja, wahrscheinlich. Nein, ich würde ihn noch nicht abbringen. Ich würde keinen Zombie reinhauen. Sehr gut, Jake. Nice. Oh, er hat ihn direkt wieder genommen. Oh. Oh, er hat ihn direkt wieder genommen. Oh. Nein. Ja. Äh, wo du jetzt gerade 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 hast. Ja. Nice. Ja, ich habe hier Schnelltasten. Auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Aber die kleinen Zombies sind schon ziemlich fest. Ist er tot? Äh. Warum steckt er sich da die Augen? Danke. Vielleicht gefällt ihm das. Na eklig. Ah, wir sind zusammen. Okay. Erwischt. Basta. Auf zum Heli. Der Boden ist installiert. Verraten. Wie ist der hier böse Wörter, Mensch? Äh. Noch gut? Äh. Muss man dann lang? Hm? Muss man dann lang? Das ist eine sehr gute Frage. Ach, hier rauf. Ah. Die Kamera war gerade sehr irritiert. Oh, endlich. Da ist der Heli. Oh, guck mal. Oh, mein Schatz Ada. Da ist ein Kussi drauf. Der hat einen Raketenwerfer geküsst. Okay. Es stittert auf die großen Termine. Oh Mist. Oh Mist. Nachdem du das gesagt hast. Das ist auf dem Rennen. Oh. Oh. Ich konnte nicht mehr schießen. Oh Mist. Uhhh. Ahhhhh. 100 Punkte. Yeah, etültig. Und das töten die den jetzt. Ah, guck mal, schön. Er färbt das Logo ein. Ja, genau. Scheiß auf die anderen Leute. Ich hab den Raketenwerfer noch. Komm, lass mal auf den Heli schießen. Das wäre witzig gewesen. Hätte man machen müssen. Ist das Elders? Los, Leon, schmink dich mal. Hallo, ich bin eine Naturschönheit. Genau, schmink du dich mal. Direkt, vor allem direkt in die Hand gedrückt. Ihr könnt's gebrauchen. Leon, das sind... Beweise für Simmons' Schuld. Und somit für Ihre Unschuld. Unsere Unschuld. Ich brauch das nicht. Helena. Gute Nachrichten, Leon. Wir haben einen Weg gefunden, den Virus zu besiegen. Roger, wir kommen zurück. Bis später. Dann los. Hey, Chantrax. Ah ja, gut. Weißte doch. Hier gibt's vier. Ach, guck mal, Jace, du sollst auch noch fliegen. Stütz, okay. Ich darf nicht mehr, dass wir alle Flugzeuge kaputt gemacht haben. Ja. Das wär jetzt echt so lustig, wenn wir wirklich abstürzen würden und einfach mal dabei draufgehen. Alles überlebt, außer diesem Flugzeug. Wow, Darkfire. Hier ist schon ein Teil, dass Jace nicht mehr auch Mod ist, ne? Der ist ja auch schon die ganze Zeit da. Was bin ich da? Weiß ich nicht. Nein, nein, deswegen guckt mich so. Ja, wir haben's geschafft. Ja, ja, wuhu. Überlebt. Ja, ja. Halbwegs. Einmal gespielt. Das ist der Kuchen, die du jetzt suchst. Also, du gehst nur zum Sport, um Kuchen essen zu können. Das ist das? Wow. Wow. Das ist schon ganz schön frech, das hier reinzuschreiben, das du Kuchen essen kannst. Das ist der neue Kampfsport, Kuchen essen. Ja, so mit der Kabe, so links-rechts-kuchen. Ah, schön. Ich freu mich, das war die erste Kampagne von vier. Ein Viertel haben wir geschafft. Jo. Ah, meinst du, Jace würde dich niemals bannen? Ja, guck mal, Yokohama. Ach, die Yokoyama. Fujii. Diese krasse Lease-Skills. Ja, du konntest mal es vorlesen. Oh Gott, nee, so schnell kann ich nicht gehen. Attackfire, du bist doch immer ganz nett, du wirst schon nicht gebannt. Ich muss mir echt mal überlegen, so eine Jacke zu holen. Äh, Jacke, sag ich schon, so eine Wolldecke mit Arm. Das ist ja echt das perfekte Geschick für mich. Ja, ja, ich weiß, aber irgendwie... Ich hab ja ein paar Wolldecke. Es gibt, glaube ich, auch so einen Tortoro-Blühstink, was man sich ansehen kann. So richtig mollig ist. Ja, das mach ich dann irgendwann mal, wenn ich dann die Camp hab. Witzig, ja, als so ein Tortoro. Ja, das stimmt. Schandreich ist das auch ganz nett. Vor allem, wenn der Kuchen gegessen hat, bestimmt. Jetzt hab ich Bock auf Kuchen. Ja, schwimmen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal Kuchen geglaubt habe. Da muss der Session ewig her sein. Ja. Ich finde es schön, dass wir über Kuchen reden, anstatt über das Spiel und sagen, yo, das war voll krass oder so. Ja, ich mag den Sektionteil, obwohl ich ja immer noch sagen muss, ich hab das ja schon durchgespielt. Ich finde immer noch, dass Leon und Helena die schwächste Kampagne haben. Kannst du jetzt mal noch bergauf gehen. Ich mein, ist, also ist meine persönliche Meinung. Ich fand's jetzt nicht schlecht. Oh, Torte, oh. Ich mach mir ja trotzdem. Boah. Torte ist noch geiler als Kuchen. Ich wollt grad sagen, du hast Kuchen gesagt, jetzt ist plötzlich die Torte. Und dann ist, okay, es war kein Stück, es war eine ganze Torte. Hat einfach so eine Hochzeit gecrasht und Torte. Mit Anlauf reingesprungen. Ja, mit so einem Köppermund auf und rein in die Torte. Oh, aber ey. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir noch eine der anderen Kampagnen anfangen? Würde ich mal sagen, oder? Wir haben Zeit, haben wir ja noch. Ja. Guti, dann kannst du gleich entscheiden, womit wir weitermachen. Oh, guck mal, da ist Brunnhilde. Ah, Jake ist Freundin, bevor er mit ihm so geil gezingelt hat. Okay. Ich glaub, ich würfe die Kampagne von den meisten noch mit Jake und die große Sherry, Sherry, Sherry Lady. Ja, ganz genau. Wie du kannst, krieg du keine Torte mehr sie. Ist wahrscheinlich Konditor. Wirst du mir so was erzählen, dann könntest du gebannt werden. Ja. Versuch, magst du Kuchen? Nein, okay, wir haben gebannt. Ah, ja, Jake und Sherry. Also, die nächsten wären ja jetzt Chris und Pierce, aber wir können natürlich auch Jack und Sherry spielen. Das macht ja, wie gesagt, keinen Unterschied. Ich dachte, weil das die ersten waren, die wir über den Weg gelaufen sind. Jason, wen wir von den beiden spielen, ist letzten Endes egal. Du meinst, du würdest halt nach Reihenfolge, wie es da aufgelistet ist, das Spiel. Aber wir können auch die beiden spielen. Ja. Das ist eigentlich egal. Was dich halt mehr interessiert. Spiel tun wir sowieso alles. Die Reihenfolge. Ja, doch, ich spiele Michelle hier. Das Ding ist erst mal. Ah, guck mal, da ist Deborah. Deborah. Ach, Deborah. Mit ihren geilen Moos, wie der da rumgekraxelt ist wie so ein Kätzchen. Oh, ja. Was, du kannst das noch verziehen? Okay, ich vertrag es mal nicht selber. Was, man kann nie genug Kuchen oder Torte essen? Nee. Ich kann tatsächlich so eine kleine Schokotorte ganz alleine essen. Weil ich super verfressen bin. Ich habe auch schon ganz, ganz oft mir wirklich kleine Torten gekauft und die selbst gegessen einfach so übers Wochenende. Ja, ich bin verfressen. Ich glaube, ich hatte tatsächlich, glaube ich, das letzte Mal Torte vor zwei Jahren in Japan. In irgendeinem Restaurant oder was das da war. Ich kann mich ja keine andere Torte nehmen. Magst du nicht so gerne Süßkram? Wäre ich? Ja. Ich liebe Süßkram. Wie kannst du nach zwei Jahren nichts mehr gegessen haben? Süßkram schon, nur keine Torte bisher, glaube ich. Kann mich zumindest nicht daran erinnern. Musst du mal irgendwie am Sonntag oder so zum Bäcker gehen? Einfach nur, um ein Stück Torte zu essen. Oder eine ganze Torte. Oder so. Ich glaube, ganze Torte gibt es nicht einfach so beim Bäcker. Die sind ja schon geschnitten. Ja doch, kannst du bestimmt mitnehmen. Sagst du, ich hätte gerne mal die ganze Torte und packst du dir ein. Die anderen Leute sind mir egal. Ich will diese Torte. Ja. Ja. Hattest du gerade Geburtstag hier denn nochmal, oder habe ich dir schon alles Gute nachträglich gewünscht? Weiß ich gerade nicht. Aber wir waren alles Gute nachträglich. Yeah. Alles Gute nachträglich. Ich könnte, ich könnte wirklich, ja, äh, es hat in letzter Zeit oft mal Leute geschrieben, was sie Geburtstag hatten, deswegen komme ich dann leider ein bisschen durcheinander. Boah, ich könnte... Warum haben wir keine Torte gekriegt? Ja, echt mal, was ist denn los? Keine Torte. Wahrscheinlich, weil wir am 20. dass es nicht da war. Oh Mann. Ach, guck mal, da ist Simmons. Und der freut sich. Simmons. Ah, da sind die beiden, ja. Ja. Ja, ich denke mal, du willst Sherry spielen, ne? Ich dachte, wir fahren so weiter, ja. Dass ich den... Wir fahren so weiter? Dass ich den weiblichen Part übernehme und du den männlichen. Und wen nimmst du dann bei Chris und Pierce? Das ist eine gute Frage, aber das sind wir ja noch nicht. Naja, also, ich würde gerne Chris spielen, weil ich hatte damals Pierce gespielt. Chris habe ich halt noch gar nicht gespielt. Ja, dann machen wir das so. Ich hatte Chris ja... Obwohl ich Pierce süß finde. Oh, oh, da kann ich Pierce die ganze Zeit anstauen. Ich hatte Chris ja im fünften Teil, dann passt das. Ja, stimmt. Du hattest Chris immer. Ja, siehst du, im fünften Teil habe ich ihn auch noch nie gespielt. Da war ich jedes Mal Shabber. Aber die ist auch super Knutchen. Ja. Ich hätte sie so gerne auch im sechsten Teil noch dabei gehabt. Ja, ist halt wirklich so. Raus mit Kellner, rein mit Shabber. Ja, das wäre deutlich mehr Spaß gewesen. Ja, aber die ist ja noch in Amerika, äh, in Afrika. Wird ja mitkommen können. Ja, aber die muss doch, glaube ich, auf ihr eigenes Land aufpassen. Ach. Die ist doch auch da, glaube ich, bei der BSA oder so gewesen. Nur halt in Afrika. Und da war ja wohl genug Chaos, dass sie da bleiben muss. Das muss doch die ganze Welt geschützt werden. Ja, das stimmt. Allein schon. Alter, feiert mich schon mal. Der Abspann ist ganz schön lang. Und auch gerade ganz schön laut. Was hast du gesagt? Ich weiß es nicht. Ich höre dich nicht. Ich höre mich selber nicht. Oh, J-Sec. Ich höre mich selber nicht. Ja, wenn du da bist, äh, fertig. Ich höre mich selber nicht. Will ich dich einfach rüber springen? Könnte man theoretisch, aber ich glaube, wir sind eh fast durch, oder? Na, keine Ahnung. Ja, guck mal da, da sind wir vor den Brennenden etwas weggelaufen. Ja, wir sind schon fast am Ende. Wir lassen das kurz durchlaufen und dann passt das. Man fragt, du bist auch nicht alt. Jetzt hört man alle auf zu sagen, ihr seid alt. Man ist so jung, wie man sich fühlt. Okay, dann ist das so alt. Ich bin gerade sehr alt. Oh, man. Cool, dann kann ich gleich J-Spielen. Ich bin immer sehr gespannt. Ich war gerade... Oh, special thanks to Val for use of the Left 4 Dead. Aha. Da ist Left 4 Dead. Ich war... Da ist Left 4 Dead, oder? Äh, scheinbar, oder? Das will ich auch scheinbar. Ganze Horn, die dich überrennen. Ja, das war voll schön, dass ich die Fans habe, die sich aufgesehen. Ja, das war voll schön, dass ich die Fans habe, die sich aufgesehen hat. Capcom. Dramatisch. Oh, jetzt fängt es hier an zu regnen. Super dramatisch. Regnen? Regnen. Regnet ist Schlagsahne. Ja. Natürlich, was denn sonst? Ich finde das im Englischen noch cooler, da kommt das besser rüber. Cool rüb. Oh. Wir sind dort noch abgestürzt. Es ist an der Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Dankeschön. Ich bin bereit. Was? Meine Rolle beim Angriff. Die Untersuchungskommission hat die Beweise überprüft und abgelehnt, sie verantwortlich zu machen für Simmons' Verbrechen. Außerdem wird nichts davon an die Öffentlichkeit gebracht. Aber... Der Präsident hätte das Gleiche getan. Also gut. Wollen wir uns dem Team anschließen? Leon. Schmink dich mal ordentlich. Wenn sie sie wiedersehen. Dann werde ich mich schminken. Okay. Sieht aus wie Clown, wenn er auf einmal das erste Mal wieder vor ihr steht. Hallo wie der Joker. Mega sexy. Oh, ein Happy End. Ich will die abschließende Pornomusik hier. Pornomusik. Ah, schön. Oh, ich bin einmal besser als du. Geil. Ja, guck mal. Ich habe auch fast keine Feinde besiegt. Und ich bin nicht gestorben. Ich musste ja gegen diesen blöden Riesenkäfer kämpfen. Boah, der war so ekelhaft. Ach, schrecklich. Ja, cool. Guti, dann können wir gleich einmal die Kampagne ändern. Dann müsste ich allerdings ganz kurz... Oh, schön. Ich wollte sich Comes im Tubi riskarlen. Und ich bin noch nicht unbedingtuced. Nein, ich bin noch nicht miteinander. Wir Essentials. Tschин 不eln.